So Leute, was zum Himmel ist da gestern bitte bei Bitcoin los gewesen? Im heutigen Video müssen wir uns unbedingt darüber unterhalten, warum wir zunächst einmal diesen großen Pump gehabt haben, dann diesen richtig großen Drop. Wir müssen schauen, was als nächstes passiert. Wir sprechen über die 5 Milliarden Dollar Bewegung, die morgen stattfinden wird und aus diesem Grund solltet ihr dieses Video auf keinen Fall verpassen, damit ihr darauf vorbereitet seid. Wir unterhalten uns über die 300 Millionen US-Dollar an Krypto, die gestern als Resultat dieser richtig heftigen Volatilität mal eben mir nichts, dir nichts liquidiert wurden. Wir sprechen über die wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst und für jeden, der mit meinen Bots tradet. Ich habe ein paar echt richtig, richtig mega Neuigkeiten für euch. Wie ihr sehen könnt, wir haben heute eine ganze Menge interessanter Sachen zu besprechen und ich werde euch auch ein paar super wichtige Sachen zeigen, die bald passieren werden. Nicht nur morgen, sondern auch in der nahen Zukunft und natürlich auch noch das hier. Also Leute, bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und genauso wie ich bereits gesagt habe, dieses Video ist unfassbar wichtig. Es gibt hier echt ein paar richtig wichtige Sachen, die ich euch zeigen werde. Aber als erstes, lasst uns mal schauen, was gestern passiert ist. Wir haben einen massiven Pump für Bitcoin gesehen. Wir sind von der orangenen Linie bei 27.200 Dollar. Da haben wir Unterstützung gefunden, hatten einen Pump bis nach ganz oben und zwar hier zu 30.000 Dollar. Das war eine Bewegung von 10 Prozent, mehr als 10 Prozent, sogar in gerade mal einem Tag. Das war so richtig, richtig, richtig gut. Wir sind dann nach oben gegangen und haben den Rand meiner orangenen Box getroffen, allerdings auch die rote Linie. Und von diesem Zeitpunkt an haben wir Probleme gehabt. Bitcoin musste kämpfen und plötzlich, und ich werde auch gleich über den Grund darüber sprechen, warum das passiert ist, aber plötzlich haben wir eine massive rote, fette Kerze, die wirklich jeden einzelnen Punkt hier, den wir an Gewinn gemacht haben, ausgelöscht hat. Ganz einfach, zack, mir nichts, dir nichts, in einer geraden Kerze nach unten. Das ist eine absolut brutale Kerze, sieben Prozent nach unten. Wir haben dann Unterstützung bei der orangenen Linie unten gefunden. Und wenn man einfach mal ein bisschen rauszoomt und sieht, wie perfekt diese Widerstandslevel, Unterstützungslevel funktioniert haben, selbst inmitten der Panik, da wurden einige dieser Level einfach richtig gut respektiert. Verkauft einfach die großen Widerstände und kauft bei den schönen Unterstützungen, bei den orangenen Linien. Selbst inmitten dieses massiven Chaos sind die Sachen eigentlich noch immer noch in Ordnung gelaufen. Und was hat das jetzt für meine Bots zu bedeuten? Was bedeutete das für meine Hedge-Position? Das werde ich euch natürlich gleich zeigen. Doch bevor wir das machen, schaut euch einfach mal die perfekte Struktur an. Und jetzt lasst uns darüber sprechen, warum es zu diesem Job gekommen ist. Der Pump, den wir gestern gehabt haben, wir hatten ja Bullisches Momentum, einen richtig schönen Pump, obwohl es komisch gewesen ist, dass die traditionellen Märkte nach unten gegangen sind, während Bitcoin nach oben gegangen ist. Und dann hatten wir an der roten Linie diesen massiven Shakeout. Das Ganze wurde jetzt auch von einigen Warnungen begleitet, die gestern herausgekommen sind. Wir hatten also, ja, wir hatten tatsächlich eine gewisse Panik auf den Markt. DB, der größte Bitcoin-Account für Eilmeldung sozusagen, der hat gepostet, dass Mt. Gox und die US-Regierung das D-Wallets-Transaktion gemacht haben. Und zwar von Arkham Alerts. Das Ding ist, 2,4 Millionen Menschen haben das gesehen. Und natürlich hat das zu einer Menge Panik geführt. Und ja, Arkham, die haben versucht, das Ganze zu erklären. Anscheinend hat es sich hierbei um einen Bug gehandelt, um ein Fehler, ein Irrtum. Und das ist auch der Grund, warum wir gesehen haben, dass wir diesen großen Pump gehabt haben. Das war einfach eine echt verrückte Situation. Ich habe versucht, die Erklärung dazu zu lesen, warum das passiert ist. Also, warum die diese Warnungen herausgegeben haben, dass Mt. Gox und die US-Regierung Transaktionen durchgeführt haben. Obwohl das nicht der Fall gewesen ist. Und die haben die Erklärung hier. Also, falls ihr euch einen Reim darauf machen könnt, haltet einfach das Video an. Lest euch das durch. Und vielleicht könnt ihr das im Kommentarbereich erklären. Für mich macht das, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich Sinn. Was sie jetzt auch sagen, ist, dass Jump Trading, eine der größten Krypto-Firmen, Market Maker, dass die 26 Millionen Dollar an Bitcoin zu Exchanges transferiert haben. Nicht nur, dass wir diese Warnung gehabt haben, dass eben die US-Regierung und Mt. Gox angefangen haben, Maßnahmen zu ergreifen, was zur Panik geführt hat. Sondern auch Jump Trading hat das Ganze noch einmal verstärkt mit dem Transfer von Bitcoin an die Exchanges. Die Frage ist jetzt einfach, war das wirklich die Ursache für den Drop? Und laut DB und Arkham, nein. Weil wenn man sich diese Timestamps anschaut, kam die Warnung nach dem großen Drop heraus. Aber ein Punkt ist jedoch, dass wenn man so eine große Nachricht hat, wie diese Warnungen, die verschickt werden, dass Mt. Gox Gelber verschiebt und so weiter, dann wussten wahrscheinlich auch einige Insider bereits, dass diese Warnung veröffentlicht wurde. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Aber warum sollte man zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt ja so einen riesen Drop sehen, dass direkt danach eben genau diese Nachricht rausgekommen ist, dass die US-Regierung, die so viel Bitcoin hält und auch Mt. Gox, wir wussten, dass das natürlich zu einem richtig starken Verkauf führen würde. Allerdings, ein paar Minuten vorher ist das schon passiert. Deshalb, ich persönlich gehe davon aus, das waren gewisse Insider. Aber ich habe natürlich keine Beweise dafür. Das ist jetzt einfach nur das, was ich persönlich denke. Und wie ich bereits gesagt habe, falls ihr euch die Erklärung durchlesen möchtet, macht Pause, lest euch das durch. Auf jeden Fall war das ein falsches Signal. Die US-Regierung und Mt. Gox bewegen keine Bitcoin. Also, ja, sowas gibt es nur am Kryptomarkt. Wer denkt, dass ein Alarm die Märkte so bewegen kann, was ja eigentlich absolut verrückt ist, wenn man darüber nachdenkt. Und außerdem hat das unfassbar viel, Leute, unfassbar viel Geld gekostet, weil wir bullisches Momentum hatten. Wir sind durch die rote Linie gebrochen. Und dann kam dieser Alarm und hat alle verrückt gemacht, hat allen Geld gekostet. Lass uns mal schauen, wie viele Leute. Also, schaut mal. Gestern wurden 189 Millionen Dollar an Longs absolut vernichtet. Und nicht nur Longs, sondern auch noch 129 Millionen Dollar an Shorts. Egal, welche Position ihr eingenommen habt. Egal, ob ihr Long gewesen seid, ob ihr Short gewesen seid. Links, rechts. Ja, die meisten Leute haben einfach Geld verloren. Wenn ihr mit großen Hebeln getradet habt, habt ihr bei dieser Bewegung Geld verloren, und was Beschämtes, weil wir hatten ein richtig schönes Momentum nach oben. Wir haben versucht, durch die rote Linie zu brechen, hätten es früher oder später geschafft. Jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen. Aber für die Bots war das natürlich gar nicht mal so schlecht. Bei diesem Pump haben die alle wieder schöne Gewinne gemacht. Und im Übrigen habe ich alle Bots gestoppt. Ich werde auch meinen nächsten großen Schritt im Laufe des Tages enttölen, weil es gab ein richtig, richtig großes Update von OKX. Gestern haben sie das durchgeführt. Werde ich gleich nochmal drüber sprechen. Aber alle meine Bots wurden in einem Profit geschlossen. Was ja schon mal absolut fantastisch ist. Bis zum heutigen Datum, und das hier ist die Geschichte der gesamten Bots, also das sind alle historischen Bots, kein einziger Bot wurde bisher mit einem Verlust geschlossen. Was bedeutet, falls ihr meinen Bots gefolgt seid, falls ihr die einfach offen gelassen habt, dann solltet ihr auch eigentlich wahnsinnige Gewinne mit den Bots gemacht haben. Wie viel insgesamt? Naja, schon 24.000 Dollar Gewinne bei diesen Bots, die ich euch auf diesem Kanal gezeigt habe. Wie ihr wisst, ich habe ja alles gezeigt, bevor ich es gemacht habe. Habe es immer auf dem Kanal gezeigt, wenn ich sie geschlossen habe, wenn ich sie geöffnet habe. Jetzt habe ich jeden einzelnen dieser Bots geschlossen. Das sind die Ergebnisse, wie man hier auch bei diesem Dashboard sehen kann. Ja, ich würde sagen, das ist alles schon mal ziemlich gut. Und ihr wisst ja, ich hatte auch noch einen Hedge-Trade auf Bybit, den ich auch noch zur gleichen Zeit geschlossen habe, als ich diese Bots mit einem Gewinn geschlossen habe. Der Hedge war eigentlich, ja, tatsächlich sogar minus 15.000 Dollar. Also der Bitcoin-Hedge war minus 17.000 und der Ethereum-Hedge wurde mit einem leichten Gewinn geschlossen. Also insgesamt minus 15.000 Dollar, ja, was die Gewinne natürlich etwas schmälert. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es gut, ein Hedge zu verwenden. Ich meine, es erspart einige Downside, wenn Bitcoin gecrashed wäre. Und ich bin ziemlich froh, dass ich diese Hedge gehabt hatte, als Bitcoin abgestürzt ist. Allerdings, wenn sich eins als wahr erwiesen hat, dann, dass, wenn man die Bots einfach laufen lässt, dann hat es zumindest bis jetzt die größten Gewinne gegeben. Ich werde allerdings weiter Hedges machen und ich halte euch auch, wie immer, auf dem Laufenden, was mich zu diesem Formular bringt, also diesem Excel-Sheet. Ich werde euch hier immer exakt über meine genauen Schritte informieren und immer, wenn ich im Begriff bin, einen Trade einzugeben, werde ich den hier hinzufügen. Und wir sprechen über alle Trades. Wir werden alles verfolgen. Wir schauen uns einfach die gesamte Geschichte an, was passiert. Und nicht nur das, da werde ich allerdings auch später nochmal drüber sprechen, nochmal ausführlicher. Aber bei jedem einzelnen Trade werdet ihr in der Lage dazu sein, euch den Trade anzuschauen. Sagen wir mal minus 17.000 hier, dann klickt ihr auf Bitcoin. Und das bringt euch dann hier zu dem Zeitpunkt, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich in diesen Trade eingestiegen bin, weil ich ausgestiegen bin. Und dann auch die Resultate, das habt ihr dann auch in verschiedenen Sprachen. Ich versuche daran zu arbeiten. Ich kann nicht versprechen, dass es immer zu 100% up-to-date sein wird. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange ich dafür brauche, um das zu pflegen. Aber wir können auf jeden Fall eine ganze Menge Gewinne damit machen. Und ich zeige euch Schritt für Schritt, wie wir das gemacht haben. Falls ihr das also cool findet, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das Ganze nicht verpassen werdet. Das sind nämlich ein paar richtig, richtig coole Sachen, die vor uns liegen bis jetzt. Wie viel haben wir gemacht? 25.000 Dollar ungefähr. Erwartet, dass es mal mindestens 100.000 ein paar Monate sein werden. Und wie ich bereits gesagt habe, heute kommt noch ein riesiges Video. Deshalb nochmal, schaut euch auf jeden Fall das Video an. Denn in meinem nächsten Video werde ich die nächsten Bots vorstellen, die ich schon geöffnet habe. Aber ich will später nochmal im Detail darüber sprechen. Also aktiviert die Glocke, damit ihr direkt benachrichtigt werdet, wenn ich das Video veröffentliche. Und zu guter Letzt werden wir morgen enorme Volatilität bekommen. Es wird nämlich Krypto-Optionen im Wert von 5 Milliarden Dollar geben, die auslaufen werden. Wenn man sich einmal die Menge an Bitcoin anschaut, die morgen auslaufen werden, dann kann man sehen, ungefähr 110.000 Bitcoin-Optionen werden morgen auslaufen. Und für alle, die nicht wissen, was Optionen sind, das sind im Grunde genommen große Wahle und Leute, die auf den Preis von Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt wetten. Und zwar in diesem Fall den 28. April. Also 110.000 Bitcoin. Ich denke, das sind so ungefähr fast 3 Milliarden Dollar an Optionen, die auslaufen werden. Und wenn man sich mal Ethereum anschaut, dann sind es, sagen wir, 900.000 Ethereum. Also auch fast 2 Milliarden Dollar an Krypto, die morgen auslaufen werden. Insgesamt sind das fast 5 Milliarden Dollar. Das wird mit Sicherheit zur Volatilität führen. Außerdem haben wir die Gewinne verschiedener Unternehmen, die veröffentlicht werden. Verschiedene Berichte heute sogar. Das wird also zu massiver Volatilität führen. Also erwartet hohe Volatilität. Und wenn ich eine Sache gesehen habe während dieser Volatilität, erinnert euch, wir sind gerade bei 28.000 Dollar. Wenn man also einfach einmal rauszoomt, dann sind wir im Grunde genommen wirklich seit einem Monat mehr oder weniger seitwärts gegangen. Die Volatilität war allerdings richtig, richtig, richtig hoch. Was wiederum bedeutet, das ist eine perfekte Umgebung für unsere Bots, um Gewinne zu machen. Und ich weiß, ich rede die ganze Zeit über diese Trading Strategien. Aber schaut mal, wir haben jetzt 25.000 Dollar gemacht, auch diesen Kanal. Ich habe euch alles gezeigt in jedem einzelnen Video, jeden einzelnen Schritt, während Bitcoin seitwärts gelaufen ist. Ich meine, da kann man schon mal begeistert sein. Aber nichtsdestotrotz, das war es jetzt erstmal für dieses Video. Später, wie gesagt, kommt noch ein anderes Video raus, ein richtig, richtig, richtig wichtiges Video. Da sprechen wir über die neuen Sachen von OKEx, neue Settings, neue Sachen. Deshalb schaut euch das auf jeden Fall an und wir sehen uns dann im nächsten Video.